Die normalen Module für Bacchetta-Sterne haben einen Spitzenwinkel von 45 Grad. Daraus bestehen diese beiden Sterne. Der Stern ist zusammengebaut aus Trinity-Modulen mit einem Spitzenwinkel von 60 Grad. Die Herausforderung war bereits im letzten Jahr, erst mal aus DIN A4-Module zu entwickeln und dann außerdem Module, die einen anderen Spitzenwinkel, einen schmaleren Spitzenwinkel, möglich machen. Das hatte ich im letzten Jahr bereits vorgestellt. Zwei zusätzliche Module, einmal mit 36 Grad, hier die 45, die normalen, 36 Grad und 30 Grad. Alle drei aus DIN A4 gefaltet, hier noch aus einem Quadrat. Von daher kann man dann nicht so viel nutzen von der Papierfläche. Das hatte ich bereits vorgestellt. Diese Module haben den Nachteil, dass, man kann die so gegeneinander falten, dann sieht man, wie weit die überlappen, dass die nicht sehr weit überlappen. Und das ist ja gerade wichtig, dass die Spitzen nachher fest zusammenhalten. Das war bei 30 Grad, bei 36 Grad, also so kann man die in die falsche Richtung sozusagen übereinander schlagen. Dann kann man sehen, wie weit die Module überlappen, probeweise. Da sieht man jetzt, dass hier dieser Flügel nur zwar recht weit rüber geht, aber dafür nicht sehr weit in die Tasche oder Lasche oder wie auch immer von dem Modul reingreift. Ich denke, man kann es sehen, die ist hier nur ein ganz kleines Stückchen, steckt die da drin. Und das ist beim Zusammenstecken natürlich ein Nachteil, obwohl das fertige nicht schlecht aussieht. Schmalere habe ich bisher nur verunglückte Versionen gehabt, die nicht taugten auf Dauer. Die Anleitung war etwas kompliziert für die Module vom letzten Jahr. Das war mir auch ein Anliegen, das einfacher zu gestalten. So, jetzt um den neuen Weg zu verstehen, den ich gegangen bin, muss man zuerst die Module etwas unter die Lupe nehmen. Ich nehme mal ein ganz normales Bachetta-Modul auseinander. Dann habe ich ja hier auf der einen Seite von der Spitze das, was nur ineinander gefaltet wird, was die eine Hälfte der Spitze bildet und auf der anderen Seite das, womit es sich verbindet mit den anderen Modulen, dem Flügel oder wie auch immer. Und das wird dann nachher, wenn es zusammengebaut wird, ineinander gesteckt. Ich falte das mal wieder gegeneinander, sodass man das hier erkennen kann. Das kennt ja jeder. Das wird so ineinander gesteckt und dann hält das ineinander, weil das ineinander greift. Was also wichtig ist zu erkennen, wir haben einmal die Grundform hier, die Raute. Das ist die Grundform der Module mit der Längsachse, um die das Ganze auch gedreht werden kann, weil es ja symmetrisch ist an beiden Seiten. Die eine Seite wird zusammengefaltet, einfach nur um eine Hälfte des Moduls zu bilden, genau auch auf der anderen Seite. Und die andere Seite wird gebraucht. Der Papierbedarf auf der anderen Seite besteht deswegen, weil ich ja die Module miteinander verbinden muss. Auf der Seite und auch auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt ein DIN A4 Blatt als solches nehme und falte das, ich habe das hier nochmal getan, das war eins der frühesten Versuche, was mich interessierte. Ich mache es jetzt mal wieder so auseinander. Da habe ich wie gewohnt den Mittelfalz gemacht. Ich nehme das hier drunter mal weg, gerade. Da habe ich den Mittelfalz gemacht. Zweimal nach meiner vereinfachten Faltechnik nach oben gedreht. Zweimal nach oben. Dann da über die Kante geschlagen, ganz wie das normale Modul, was ja aus Quadraten gemacht wird oder leicht länglichen Formaten. Aufgeschoben, gefaltet, gefaltet, so zusammengelegt und habe mich gewundert, es passte nicht, weil hier diese Lasche nicht lang genug ist. Wenn man es jetzt gegeneinander legt, kann man das besser erkennen. Ich zeige es gleich noch mit kleineren Formaten, nicht verzweifeln. Das ist jetzt die feststehende Seite des Moduls, der Spitze. Und das ist dieser Flügel, der rübergeklappt wird. Er greift hier nicht in die Lasche rein. Und deshalb kann man aus DIN A4 Papier auch kein 45 Grad Modul falten, so wie es ist. Dann hatte ich erst mal aufgegeben und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Als ich jetzt vor der Herausforderung stand, ein Modul für schmalere Spitzen zu entwickeln aus DIN A4, habe ich mich gefragt, warum das anders nicht funktioniert oder was ich unternehmen muss, damit es klappt. Und habe gemerkt, also erst einmal, das ist die Seite, die würde funktionieren. Die Seite wird auch funktionieren. Wo es fehlt, ist hier, da fehlt hier Papier, weil mein Flügel oder diese Lasche, wie auch immer man es nennt, einfach zu klein ist. Und dadurch, dass ich da nichts dran flicken kann, auch nicht auf der anderen Seite, bin ich auf die Idee gekommen. Ich lege das mal hier drunter, damit man das nachvollziehen kann. Da bin ich auf die Idee gekommen, da ich mein Blatt nicht vergrößern kann, kann ich aber die Lage des Moduls auf dem DIN A4 Blatt so verändern, dass ich hier unten immer noch genug Platz habe zum Ineinanderfalten, aber hier oben mehr Platz habe, um diesen Flügel zu gestalten, der dann den Zusammenhalt gibt. Das hört sich jetzt alles recht theoretisch an, aber funktioniert ausgezeichnet. Also letzten Endes muss ich nur diese Raute, die ja die Form des Moduls bildet, letzten Endes, so weit verschieben, dass ich den Platz an dieser Stelle habe, den ich brauche. So, und jetzt zeige ich das mal im Kleinen, dann kann man es besser erkennen. Ach ja, eine Sache ist mir noch wichtig geworden. Ich habe mich gefragt, wieso es kommt, dass hier, jetzt nehme ich doch wieder die Kleinen, dass an dieser Stelle diese Lasche oder dieser Flügel so weit rauf geht. Und habe dann gemerkt, dieser Winkel, der hier entsteht, ist genau derselbe, der an der Spitze auch entsteht. Und der entsteht einfach durch die ganze Falterei von dem Modul und lässt sich auch nicht verändern. Also ich kann kein Modul machen, wo diese Lasche hier gerade unten quer geht, was ja den Zusammenhalt vergrößern würde, weil einfach der Spitzenwinkel so schmal ist und der sich hier dann auch widerspiegelt. Das lässt sich also nicht ändern. So, und jetzt zeige ich mal, wie ich das gemacht habe, die Module zu falten. Für ein 36-Grad-Modul, das war das Erste, was ich versucht habe, habe ich bei dem DIN A4-Blatt, ich habe es hier aufgeschrieben, 5,8 cm abgeteilt und habe das gefaltet. Auf der anderen Seite auch diese 5,8 cm. Für kleinere Formate sieht man hier auch angegeben, welche Maße ich dann nehmen muss. Das ist für 36 Grad. Dann ergibt das so einen Streifen, der leicht überlappt. Und das Überlappen ist wichtig, weil das Ganze sonst nicht zusammenhalten kann. Ich kann bis zu einem Drittel gehen, dass ich also das DIN A4-Blatt, so wie hier, gerade in drei Teile einteile, 3 x 7 cm Streifen. Bis dahin kann ich gehen und entsprechend schmaler werden dann die Module als bei der anderen Version. So, jetzt falte ich mal eins. Dann kann ich gerade dieses Muster nehmen. Ich nehme die Seite nach oben, die geschlossen ist, also nicht da, wo die Blätter zusammenstoßen. Und gehe gerade bis zur gegenüberliegenden Ecke. Dann habe ich hier eine Kante, über die ich falten kann. Drehe das Ganze rum. Habe hier auch wieder die Kante, über die ich den Rest drüber schlagen kann. Dann muss ich jetzt das kleine Eckchen noch mitnehmen. Den Rest kann ich liegen lassen. Und dann habe ich durch diese Faltvorgänge, habe ich jetzt schon die Modulform hier übrig. So soll das später aussehen. Und ich falte jetzt das Ganze rückwärts sozusagen. Ich beginne also mit meiner endgültigen Form und mache die Arbeitsgänge rückwärts. Ich weiß, auf dieser Seite des Moduls brauche ich die Spitze, die fest steht. Dann falte ich gerade hier bis zu diesem Falz, der ja schon da ist. Ich kann ein klein bisschen drunter bleiben, damit das auch wirklich zusammen geht hier. Ich kann das gerade so umschlagen. Das ist jetzt die eine Hälfte von der Spitze. Das mache ich an der anderen Seite auch so. Ich zeige es gleich nochmal mit etwas kleineren Papier, was nicht beschriftet ist. Genau hier auch. Ich bleibe etwas unter meinem Falz. Schlage das auch rein. Damit habe ich jetzt praktisch die Seiten, die die Spitzen bilden, schon fertig. Und jetzt kommen die Seiten dran, die die Laschen bilden. Die sind allerdings hier schon vorgefalzt, weil ich ja mit meiner endgültigen Form angefangen habe. Das brauche ich also nur noch umzuschlagen. Wieder, weil der Falz ja schon da ist. Und diese Ecken kann ich rein falten. So, jetzt muss ich nur noch, wie gewohnt, Spitze auf Spitze. Und dann ist mein Modul schon fertig. Moment. Je genauer ich falte, desto genauer wird natürlich auch die Spitze. Da bin ich im Moment nicht ganz so ordentlich. So, das ist das fertige Modul jetzt. Für 36 Grad. Und zur Kontrolle, wie weit das überlappt. Ob es auch wirklich funktioniert. Da schlage ich das gegeneinander. So wie ich es vorher habe. Dass die Modulhälften gerade andersrum zusammen liegen. Und dann kann ich hier sehen. Ich öffne das. Lege es rein. Und sehe dann also, dass das Modul so weit ineinander hakt, dass es einen stabilen Halt gewährleistet. Also diese ganze Ecke. Ab hier habe ich einen Kugelschreiber. Bleistift habe ich da. Ich markiere das mal genau. Da ist die Grenze. Wenn man es nicht so gut sehen kann. Auf dem Unter der Kamera. So, jetzt kann man es sehen. Also diese ganze Ecke. Die ist praktisch unter dieser Lasche verschwunden. Und gibt dem Ganzen Halt. Der Vorteil ist eben, dass meine endgültige Modulform schon da ist. Und ich praktisch von hinten nach vorne mich durcharbeite. Dass ich das Papier, was übrig ist, dann unterbringe. Um das genau nochmal anzuschauen. was passiert ist. Hier ist jetzt praktisch auf dem DIN A4 Blatt. So. Auf dem DIN A4 Blatt, wo ich sonst das Modul hier an der Mittelnaht, am Mittelfalz ausgerichtet habe, habe ich jetzt die Form gedreht, sodass eine Seite vom Modul parallel zur Blattkante liegt. Sodass, wenn ich von vornherein hier den Knick mache, dass ich dann schon ein Teil des Moduls gefaltet habe. Und dann gehe ich von Ecke zu Ecke, sodass ich die Mittellinie habe und muss dann nur praktisch das restliche Papier, was übersteht, nach außen, muss ich dann praktisch nur nach innen schlagen. Das ist einfach etwas gewöhnungsbedürftig. Die Denkweise aber funktioniert ausgezeichnet. Das Beste daran ist, dass es nicht nur für diese 36 Grad funktioniert, was ich gerade vorgestellt habe, sondern auch für schmalere Spitzen. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal in der Größe bei dem anderen, was ich gedrittelt habe. Also jeweils logischerweise sieben Zentimeter und so übereinanderlegen, dass beide offenen Seiten da sind. Dann drehe ich es rum und falte es wieder Ecke auf Ecke. So. Und da muss man gut aufpassen, dass wenn man jetzt weiter falzt, dass sich das hier an der Stelle nicht verschiebt. Das gibt ja meine Spitze und je genauer ich das mache, desto genauer wird die Spitze dann auch. Dann gerade hier über die Kante falten, die ja entsteht, automatisch, dann gerade rumdrehen und dasselbe auf der Seite. Da war ich schon etwas nachlässig, wie man sehen kann. kann man es sehen, es ist nicht ganz spitz hier. Da könnte ich nachbessern, aber ich lasse das jetzt mal bei dem Muster. Ich mache das auch auf dieser Seite. Diese Ecke muss ich diesmal nicht mitnehmen. Und damit ist meine Modulform, die endgültige Form, schon vorgegeben, die Raute, die ich später brauche. Und jetzt muss ich nur noch das Papier entsprechend verarbeiten. Das gibt ja wieder die Seite vom Modul, gibt ja wieder das Feststehende. Das Papier muss also weg. Das wird wieder bis zu diesem Außenfalz herangefaltet. So, ich hoffe, man kann es sehen. Dann kann ich das ineinander schlagen hier. Möglichst bis zur Spitze, dass die schön wird. Jetzt kann ich die andere Seite nehmen. Das war schon. Und wieder bis zur Mittellinie oder bis zu dieser Grenzlinie, was ja die Kante ist von dem späteren Modul. Schlage ich das über. Wenn es ein bisschen überlappt, ist nicht ganz so tragisch. Hier in dem Fall. So, und jetzt kann ich das wieder ineinander schlagen. das war ja schon gefalzt. Die Seite auch. Man sieht, es stört. Die Kamera ist jetzt etwas schwieriger zu zeigen. Und jetzt den Flügel rum. Hierbei muss ich dann höchstwahrscheinlich etwas abschneiden, weil mich das sonst zu sehr stört. Außer ich mache Spitzen, die aus vier Modulen bestehen und nicht aus dreien. Hier sieht man die Unregelmäßigkeit, die ich am Anfang hatte. Die bleibt natürlich dann bestehen. So, das wäre jetzt wieder mein fertiges Modul. Und das hat ungefähr 20, nein, 30 Grad. Das andere 36 und das hat ungefähr 30 Grad. Und wenn man jetzt sehen will, wie das nachher ineinander steckt, dann falte ich es wieder auseinander. So, und kann das hier reinmachen. Ups, wo ist die Tasche? Da ist sie. so, das würde jetzt dann so zusammenstecken. Und dadurch, dass auf beiden Seiten doppelte Kanten sind, ist das wesentlich stabiler als das, was ich schon mal versucht habe. Hier ist dann zu viel, da muss ich was abschneiden. Noch eine Sache, natürlich bei den schmalen Spitzen, speziell wenn man kleine Sterne macht, dann stört dieses unnötige Papier. Da mache ich einfach folgendes. Das ist ja die Seite, die die feststehende Sternseite bildet. Oder Modulseite, besser gesagt. Und da brauche ich ja nur diese doppelte Kante. Ich kann also hier großzügig, ja im Prinzip bis da, man kann es schnell zeigen, das kann ich abschneiden, weil ich ja das ineinander schlage bis hierhin. Und dann habe ich hier trotzdem noch eine doppelte Kante. Aber ich habe jede Menge Papier dann gespart. Das mache ich dann auch auf der anderen Seite. Also hier unten, das kann ich abschneiden. Das wird so ineinander geklappt. also da kann ich wirklich jetzt habe ich immer das große Messer hier, für die großen Formate. Da kann ich wirklich genügend abschneiden, so dass ich das immer noch hier einschlagen kann und hier meine stabile Kante habe. Dadurch wird das Ganze natürlich besser zum verarbeiten weil ich eben viel weniger Papierlagen habe übereinander. Das ist erst einmal das. Jetzt sieht man hier an der Seite diese Flügel die überstehen wo man dann was abschneiden muss. Wenn man jetzt die Maße verändert, da habe ich was ausprobiert, weil mich das gestört hat, ich zeige es auch gleich mal als Beispiel als fertigen Stern. Da habe ich das DIN A4 Papier auf 26 Zentimeter verringert, also von 29 7 auf 26 Zentimeter und dadurch ist es nicht mehr ein ganz so großes Längsformat und wenn man dann ein Drittel davon nimmt, dann passt es so genau, dass diese Spitzen sich dahinter richtig verstecken können. Hier habe ich ein Muster von dieser Spitze also auf 26 Zentimeter das DIN A4 Blatt verringert. Ich nehme das mal kurz auseinander um das zu zeigen. So, da haben wir die Baustelle also 26 Zentimeter statt 29,7 ergibt dieses Format. Deshalb funktioniert das System auch mit dem amerikanischen Letter Format interessanterweise. wenn das dann zusammen gefaltet wird auf ein Drittel sieht es so aus dann die offenen Seiten wenn die da sind müssen die gerade nach unten gedreht werden quer rüber zur Ecke da einmal falzen da einmal falzen und dann wenn man es dann auseinander nimmt dann sieht man schon hier habe ich das Papier abgeschnitten das bleibt übrig das bleibt da übrig dass diese Ecke hier die äußere Ecke nachher am Ende dass die parallel zu der Blattkante verläuft kommt natürlich darauf an wie man das faltet aber das passt dann genau so dass wenn man das Ganze zusammenbaut jetzt mache ich es mal so dass man es gleich erkennen kann wenn man es zusammenbaut liegt das also so komplett da drin in dem blatt also ist nicht zu kurz nicht zu lang gibt den optimalen halt ich markiere das nochmal hier mit einem mit dem bleistift und das geht bis ganz zur spitze hoch das ist überlappt dadurch sieht die spitze natürlich auch noch anders aus also dieser komplette bereich ist der überlappungs bereich der in dem nächsten modul dann verschwindet deshalb ist das natürlich gibt das sehr guten halt und es sind 30 grad etwas schmalere module kann man auch noch machen man kann wenn man jetzt das trinity format nimmt und kein diner 4 format und drittelt das trinity format so dass es schmale streifen gibt dann kommt man auf 22 grad ist also noch etwas schmaler ich mache auch das mal gerade auseinander um es zu zeigen das ist das ausgangs format dann also ein anderes und zwar diese 17,1 mal 29,7 17,1 jetzt in der höhe 29,7 in der breite das als drittel zusammengefaltet 5,7 ist es dann und da auch wieder quer hoch einmal rumgefaltet gedreht nochmal rumgefaltet geöffnet hier habe ich auch schon wieder was abgeschnitten so dass nur noch der rest hier übrig ist beide spitzen ineinander gelegt und der falz ist schon da von vornherein der falz ist schon da und dann kann man das gerade so aufwickeln und höchst wahrscheinlich habe ich hier auch eine kleinigkeit abgeschnitten das weiß ich jetzt nicht mehr nein ich habe nichts abgeschnitten das ist so original also ist auch ein Vorteil dass man da nichts abzuschneiden braucht sondern dass es gerade ich gehe mal näher dran dass es gerade so hinkommt dass es in der seite verschwindet ich habe die art module zusammen zu bauen flex modul genannt weil sich damit verschiedene spitzen winkel verwirklichen lassen je nachdem wie breit man die streifen macht aus denen die module entstehen das ist das normale bechetter modul mit 45 grad spitzenwinkel das sind 36 grad da wurde ja ein streifen von 5,8 zentimeter beim diner 4 blatt jeweils zur mitte eingeschlagen wenn man ein streifen von 3 mal 7 zentimeter hat zusammengelegt ergibt sich 25 grad ungefähr als spitzenwinkel dann kommen wir hier bei dem gekürzten diner 4 blatt auf 30 grad beim trinity format wenn man das durch 3 teilt kommt man auf 22 grad und wenn man dann ein diner 4 blatt nicht in 3 teile teilt sondern in 6 teile also erstmal einen streifen der 10,5 zentimeter breit ist nimmt 10,5 zentimeter mal 29 7 und diesen streifen dann in drei teile teilt dann kommt man auf einen spitzenwinkel von 15 grad aber es wird hier unten an der spitze immer ungenauer dadurch was man sehr genau arbeiten muss das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert die anderen sterne habe ich teilweise schon gemacht das hier ist zusammengesteckt mit der neuen Bauweise 36 grad hier das mache ich mal gerade weg mit der alten Bauweise ergibt sich bei farbigem Papier ein anderes Muster während ich hier in den Spitzen hauptsächlich zwei Farben habe und die dritte Farbe nur ganz oben habe ich bei der anderen Bauweise dann die Farben ziemlich gleichmäßig aufgeteilt ungefähr ein Drittel jeweils das sieht auch interessant aus ist aber nicht ganz so stabil wie jetzt die neue Bauweise und wie gesagt das auf 26 cm gekürzte Papier ergibt dann dieses Muster wo dann die Fläche bis in die Spitze reingeht und da gar nichts anderes mehr da ist die ist also zweifarbig dann bei farbigem Papier hierbei kann man es dann so machen dass man in den Spitzen das Papier dran lässt auch was übrig ist was nicht gebraucht wird aber man kann es natürlich auch abschneiden dadurch ist dieser Stern sehr kompakt und stabil das ist jetzt aus Postkarten Größe gemacht was gekürzt ist auf dann 13 Zentimeter in der Länge logischerweise die Hälfte von 26 so jetzt zeige ich das Ganze noch einmal mit kleineren Papier und setze mich dazu dann mal hin ich muss als erstes Streifen in dem jeweiligen Abstand machen so wie ich mein Modul haben will hier habe ich es mal markiert für das 36 Grad Modul am besten ist es diese Streifen sich zu machen indem man eine feste Kante hat über die man das dann falten kann ich hole mir das mal hier rein so und da kann ich es dann kann man sehen ich weiß nicht ob man sehen kann da kann ich das Blatt ja dann direkt auf die Kante legen so wie ich markiert habe ich muss noch ein bisschen weiter rein schätze ich so jetzt sieht man direkt bis auf die Kante legen wie ich markiert habe und mit dem finger andrücken so dass mir da hier dieser falz entsteht und wenn ich das auf beiden seiten markiert habe dann geht es auch ganz gut natürlich wenn man dann 30 macht dann ist das ein bisschen langwierig und dann kann man sich behelfen indem man einfach noch eine Kante ich man dann einen anschlag hat man kann natürlich auch was anders nehmen das ist klar in dem abstand dass das dann hier anliegt ich richte das jetzt nicht so genau ein das ist jetzt für mein beispiel nicht nötig aber es ist klar wenn man hier einen anschlag hat wo man das papier dagegen stoßen kann und dann hier die Kante wo man falschen kann dann muss man nicht immer neu messen das ist dann viel einfacher man könnte sich auch eine schablone machen in der breite über die man das papier dann schlägt das bleibt jedem dann selbst überlassen jetzt habe ich also hier meine zwei gefalzten dinger die kommen nach innen so ein hier öffnet es sich und die seite mache ich nach unten dann gehe ich hier nochmal direkt von ecke zu ecke rauf und falze das so und lasse es gleich liegen weil ich hier dann das bis zu dieser kante rüber falze ich muss darauf achten dass das wirklich liegen bleibt damit mir meine spitze die modul spitze dann auch schön scharfkantig wird hier auf der anderen seite jetzt hat es schon halt so jetzt ist die grundform vom modul schon fertig jetzt nehme ich das auseinander hier sieht man das ist die grundform vom modul die seite wird ineinander geschlagen und die seite gibt dann jeweils die laschen das ist schon gefalzt jetzt gehe ich hier bis an die kante an die außen kante vom modul und schlage das dann nach innen rein das ist jetzt meine eine modulhälfte das ganze macht das ganze auch auf der anderen seite das ist hier gegeben schau dass das hier nicht übersteht nicht über die knickkante drüber kommt dass das auch wirklich rein passt damit ist dann die zweite seite fertig wenn es hier in der mitte klein wenig überlappt das ist nicht ganz so tragisch das ist dann muss man beim zusammensetzen muss man genauer schauen aber das kriegt man dann schon hin so und jetzt ist im prinzip schon alles vorgefalzt das kann ich dann wieder nach unten legen genauso wie das auch muss mir das natürlich schön flach machen und gerade die spitzen nach innen also letzten Endes ist es so dann jetzt spitze auf spitze dass ich das Modul falte nur von hinten nach vorne also vom Endergebnis praktisch bis zum Anfang gerade andersrum was ich auch machen kann aber das bleibt jedem dann selbst überlassen wenn ich jetzt man kann ja jedes beliebige Format nehmen um um das zu falten wichtig ist dass es also nicht kleiner als ein Drittel wird wenn ich das jetzt als Maß nehme zum Beispiel jetzt habe ich ein Kartonblatt mit gefalzt ja das kann ich auch richtig schön kräftig machen und das kann ich jetzt dann als Maß nehmen also ich muss gar nicht großartig was abmessen ich nehme einfach das hier so wie ich es gemacht habe und kann dann hier auf der anderen Seite das so rum legen und kann das als Maß nehmen für die für die überstehende andere Papierkante so und jetzt habe ich das einmal gemacht jetzt sind beide Papierkanten gleich jetzt kann ich natürlich für die restlichen Module von dem Stern wenn ich es so will das andere ist mir dann doch noch ein bisschen lieber ich lege es mal jetzt andersrum vielleicht sieht man es dann noch anders dann lege ich das einfach rein bis zum Anschlag und falte es hier über diese Blattkante dadurch dass das ja dann festerer Karton ist geht das leicht und dann habe ich jetzt natürlich mein Maß nehme das dann so rum also das muss jeder sich selber überlegen wie er es am liebsten hat aber auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit dann habe ich jetzt kann ich mir das als Schablone lassen habe ich hier mein Maß was für ein Winkel das ergibt weiß ich nicht ich weiß nur wie ich damit umgehe so kann man also mit einfachen Mitteln ohne viel Messaufwand dann Module zustande kriegen einfach dadurch dass man die Reihenfolge umdreht viel Spaß beim Ausprobieren 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 Ausprobieren